So, wir sind eingeladen, in der Talkrunde. Genau, irgendwie demnächst talk.doc oder so heißt das, glaube ich. Und weißt du was, wer da als Gast ist, aus Markus Großkopf von Halloween. Oh, mir sagt eher jemand anderes von Halloween was. Aber ich glaube, Halloween ist sowieso eher deine Baustelle. Halloween ist meine Baustelle, ich liebe das. Und wer noch? Gunter Gabriel, glaube ich, ist auch dabei. Ja, sowas mal. Moin, moin. 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 Moin.